ja gut habe ich gesagt ich will ein zweitkanal habe ich nicht musste es dazu kommen ja musste es warum und zwar kann ich auf diesem kanal nicht live gehen was ich unbedingt möchte und halt ja live streamen und so weiter aber das geht leider nicht mehr aus einem bestimmten grund keine ahnung es liegt wahrscheinlich an youtube oder sowas keine ahnung leute auf jeden fall dieser andere kanal ist erstens unten in der beschreibung könnt ihr abchecken und abonnieren ist nur für live streams also ich werde da immer live streamen facecam sonst immer an sollte immer an sein facecam falls ihr mich sehen wollt live für spaß dass ich jetzt einen zweiten kanal habe und nicht live gehen kann auf diesem kanal ja das wollte ich sagen auf jeden fall falls ihr die live streams nicht verpassen wollt wie ich live bin dann könnt ihr ja rüber gehen und ein abo da lassen und falls ihr videos sehen wollt dann könnt ihr hier ein abo da lassen würde mich sehr sehr freuen auf dem anderen kanal habe ich nur ein abo sonst angefangen leute aber wir werden nicht nur folgen als streamen wir werden viele viele andere sachen auch streamen ich habe auf jeden fall viele games und ja das wollte ich euch mitteilen und ja lass auf jeden fall like da hier und auf dem anderen teil da habe ich ein video nur und ein live stream der war heute es werden auf jeden fall lange live streams kommen und so weiter ich freue mich sehr darauf mit euch ja ein bisschen zu chatten sage ich mal weil ihr seid im live chat wie ist das ananas auf jeden fall checkt den anderen kanal ab und abonniert ihn und abonniert diesen kanal lasst ein like da bei beiden kanälen und da würde ich sagen das war's mit dieser kurzen information und da würde ich sagen bei bei